Und hier jetzt endlich mal von Funke die D-Böller. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Das hat er jetzt schon sehr gut die Runde gemacht. Die Draue Lunte ist sehr schön. Die Verwandlung vorne gestopft, hinten gestopft. Jetzt bin ich mal auf den Schnipsel Regen gespannt. Vielleicht sollte ich ein bisschen weiter weg. Oh, mein lieber Scholli, die waren schon mal gut laut und sehr dumpf. Unteren Frequenzen sehr gut gedrückt. Ebenfalls ordentlich. Ich habe schon die ganzen Klorollen, die der erzeugt. Achtung, lass es lieber. Boah, wirklich sehr. Ich glaube, den kannst du mal hinlegen. Dann so einfach mal schauen, wie der sich so verhält. Ja, richtig gut gedrückt. Das ist jetzt der lauteste Böller, den wir hier getestet haben. Ich habe gleich das Feuerzeug verloren. Das Feuerzeug auch gleich verloren. Junge, Junge, diese Klorollen, schaut euch das an. Richtig gut geschnipselt. Kann man echt nichts falsch machen bei denen.